Oder vielleicht soll ich wieder mal auf die Plattform gehen und dann einfach mal warten, bis da irgendwas spawnt in der Nähe. Ja, ich glaube, ich gehe zurück. Vielleicht spawnt da noch irgendwas. Schauen wir einfach mal. Okay, da habe ich jetzt nichts gesehen. Oh, da ist ein Gas, das... Oh, aber da unten, das ist ja mal... Alter, und dann feuert der hier gleich so eine Feuerkugeln ab. Auf jeden Fall, der nach unten müssen war. So, wieder mal was essen. Okay, ich konnte mir hier so ein bisschen so einen Übergang machen, aus der Erde. Oder hinten waren die Skelette, da habe ich sie gesehen. Da müssen wir halt noch so ein bisschen unser Glück versuchen. Aber da haben wir viele Gegner. Und auch dieses Magma-Ding hier. Okay, die Skelette kommen. Alter, und noch eins. So, haben wir einen Schädel, den haben wir jetzt auch nicht. Ach, Mist. Aber da ist Hensch runtergefallen. Das müsste unten sein. Das Skelett... Da hinten haben wir noch irgendwas. Vielleicht ist das ja auch ein Skelett. Ach, Mist. Und wieder eins von diesen Biestern. Alter, ich bin dann auch gleich tot, wenn ich hier nicht aufpasse. Alter, und die schleudern einen da einfach rauf. Das geht ja gar nicht. So, dann laufe ich mal heldenhaft weg, weil ich so heldenhaft bin. Alter, und dann noch ein Blaze. Alter. Kommt mal runter, bitte. Ich will jetzt hier gar nicht sterben. Das wäre wirklich übelst blöd, wenn ich jetzt hier stürbe. So, ja, ich regeneriere mich erst mal so ein bisschen. Mal ein bisschen runterkommen. Mal ein bisschen durchatmen. Mal ein bisschen Kraft sammeln. Und dann geht es auch mal gleich weiter. So, weil ich habe ja noch ein Wörtchen mit dem Skelett zu reden. Und du kommst jetzt mal bitte weg. Das war auch mal genug hier mit dir. Natürlich brenne ich wieder mal. Ich stehe hier lichterloh und flammen. So, okay, da unten. Alter, was ist das hier wieder mal? Alter. Diese blöden Biester, die hasse ich ja einfach. Die hasse ich einfach wie die Pest. So, habe ich mich erst mal eingebaut. So, wo haben wir jetzt dieses vermaledeite Biest? So, aber da kommt es nicht durch. Jetzt bist du hier in der Falle. Okay, immerhin hat es uns ein bisschen Leder gedroppt. Also, hat es ein Gutes gehabt jetzt im Endeffekt. So, aber wo war jetzt das Skelett? Also, vielleicht war es hier irgendwo. Ich hoffe, es ist jetzt nicht despawned. Das wäre nicht so schön. Okay, hier sehe ich es jetzt nicht. Haben wir da unten noch irgendwelche? Ah, da unten. Da ist es also. So, da hat es sich verkrochen. Das können wir, das können wir vielleicht von hier oben so ganz elegant erledigen. Hahaha. Er sitzt in der Falle und er weiß es einfach. So, haben wir jetzt einen Schädel zufällig? Nein, den sehe ich jetzt leider nicht. Haben ein bisschen Schweinefleisch inzwischen. So, hier wieder mal reparieren. Aber da war noch ein Wither Skelett. So, komm mal her hier bitte. So, komm mal hier bitte nach unten. Nicht auf dem Gelände herumlaufen, bitte. Okay, aber hier haben wir auch kein Schädel. Schon ein bisschen blöd und gleich habe ich auch keine Nahrung mehr. Aber da hinten, da haben wir noch ein paar Skelette. Das ist ja mal sehr schön. So, hier müsste ich mal nach oben gehen. Okay, aber wie kommen wir jetzt da hin? Ach, genau da ist ja ein Zugang. Genau so ist es ja. So, hallo, bitte mal herkommen. Wer möchte zuerst? So, und den erledige ich auch mal eben. So, wieder mal was essen. Okay, aber hier sehe ich jetzt auch keinen Schädel. Da hat leider auch keiner gedroppt. Die sind doch schwerer zu bekommen, als man denkt. Dabei haben wir jetzt auch Plünderung 3. Das heißt, wir müssen eine erhöhte Chance haben. So, bitte mal hier rankommen. So. Die erledigen wir auch mal eben. Okay, aber wieder kein Schädel. Habe ich da ein Skelett gesehen, da oben? Okay, war vielleicht nur Einbildung. Okay, das ist, glaube ich, nur so ein Zombie. So ein Schweinezombie. Da hinten ist irgendjemand. Ist das ein Skelett zufällig? Ja, sieht, glaube ich, nicht danach aus. Ist doch nur ein Schweinezombie. Schau mal, ob es da noch Skelette gibt in der Ferne irgendwo. So, ich kann mal gucken, was ist denn die Ausbeute? Ja, wir haben so ein paar Steinschwerte, ein bisschen coole. Aber leider immer noch kein Schädel, kein Skelett-Schädel. Da hinten, am Loon-Spawner. Ich muss was essen. So, bitte mal kurz warten. Ich muss hier erst mal essen. So, haben wir jetzt einen Schädel? Den haben wir jetzt auch nicht. Ja, ich glaube, gleich gehe ich zurück, weil ich habe gleich auch keine Nahrung mehr. Okay, und hier sehe ich jetzt auch keine Skelette mehr. Okay, da haben wir wieder eine Blaze. Okay, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heikel. Dann laufe ich mal wieder weg hier. Ja, ich kann mal nach oben gehen. Da habe ich dann auch einen besseren Überblick. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Skelette wir schon getötet haben. Aber wir haben immer noch keinen Schädel. Und dabei haben wir doch auch Plünderung 3. Das ist wirklich ein bisschen Pech heute. So, hier würde ich gerne mal einen Aufstieg schaffen. So, dann können wir ja einfach die ganze Gegend auskundschaften. Können wir wieder hier so ein bisschen überwachen. So, mal gucken, ob es hier noch irgendwelche Skelette gibt. Da muss man ja immer wachsam sein. So, vielleicht, wenn ich mich umdrehe, vielleicht spawnen dann noch so ein paar. Wäre ganz schön. Okay, da kommt so eine Blaze. Ah, da unten, da sehe ich eins. Vielleicht haben wir dieses Mal einfach mehr Glück. Aber ist natürlich blöd, dass da auch die Blaze ist. Das ist ja schon ein bisschen blöd eigentlich. Das heißt, die müssen da vielleicht zuerst... Aber da kommt eins. Komm mal eben ran hier. Okay, aber der hat auch nichts getroppt, leider. Okay, und ich muss mich jetzt mal in Sicherheit bringen. Ja, und ich muss mal was essen, ganz dringend. So, mal ein bisschen heilen. Ja, aber jetzt haben wir auch keinen Schädel. Das ist jetzt wirklich ein bisschen unglücklich. Aber da ist noch eins. So, hoffentlich ist die Blaze... So, ich bring mich wieder mal hier in Sicherheit. Erstmal wieder nach oben gehen. Ja, gleich habe ich jetzt auch nichts mehr zu fressen. Und wir haben jetzt auch keinen Schädel mehr. Das ist ja auch ein bisschen blöd natürlich. Also ich könnte natürlich dann hier noch das rohe Fleisch essen. Aber das bringt jetzt auch nicht so super viel Sättigung. Okay, dort ist das Skelett. Also mit der Blaze ist wirklich blöd. Ich bräuchte mal so einen Bogen. Am besten so einen Unendlichkeitsbogen. So, das war mal eben die Blaze. Es hat sich jetzt mal ausgebläst. So, ich mach mal hier was essen. So, erstmal hier rohes Fleisch. So, komm mal bitte her. Ach, Mist. Jetzt habe ich die alle auf mich aufgehetzt. Okay, dann muss ich mir erstmal hier in Sicherheit bringen. Hoffentlich sind die nicht sauer auf mich jetzt. Ja, dann muss ich wieder mal was essen. Also ich kann mir jetzt auch keinen Ofen machen. Okay, das ist jetzt nicht gut. Also vielleicht resett es sich ja, wenn ich wieder zurückgehe nach Hause. Ja, ein Schädel haben wir, wie gesagt, nicht bekommen. Ja, aber Hauptsache, wir haben es versucht. Aber wir haben uns wenigstens im Rahmen unserer Möglichkeiten bemüht. So kann man es ja mal sagen. Okay, also ich brauche auf jeden Fall jetzt... Oh, ich habe ja noch Kartoffeln. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Also hätte ich das mal gesehen. Wir haben ja noch ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, geht es auch gleich weiter. Denn es war ja noch hier ein Wither Skelett. Und das wollte ich ja auf jeden Fall erledigen. So, und wieder mal ein bisschen was essen. So, wo ging es jetzt nochmal lang? Das weiß ich jetzt gerade nicht. War das hier? Oder wo war das jetzt? War, glaube ich, hier in der Richtung. Ich glaube, da links. Da müsste es gewesen sein. So, lass mal eben hier gucken. Ja, der ist jetzt nicht sauer auf uns. So, wo war jetzt das Wither Skelett? Das sehe ich jetzt nicht. Ich gehe mal runter. Vielleicht taucht es dann hier auf. Nein, also hier ist alles friedlich. Da sehe ich jetzt keins. Okay, die tun mir nichts. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, dann mal eben gucken. Aber hier sind auch keine Wither Skelette. So, ich kann nochmal da hinten hingehen. Da sehe ich jetzt aber auch nichts. So, vielleicht spawnen ja noch so ein paar. Ich drehe mich mal oben. So, vielleicht kommen da ja noch so ein paar. Gut, da haben wir nur so ein paar von diesen Schweine-Zombies. Okay, das Skelett, das ist jetzt leider weg. Das heißt, wir müssen erwarten ein bisschen noch ein paar spawnen, weil ich möchte jetzt unbedingt mal diesen Wither-Schädel haben. Wieder der Nervige hier. Okay, da haben wir Pick-Dienst. Da muss ich aufpassen. Da würde ich es nicht zu nah rangehen. Ja, der ist auch mega nervig. So, bräuchte mal Goldrüstung. So, jetzt darf ich nochmal zurück, weil vielleicht haben wir so ein paar gespawnt. Also, dass man dafür so viele Versuche braucht, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Aber ich dachte, ein paar würden dafür ausreichen. Der ist schlau. So, aber ich bin besser. Okay. Ja, du kommst auch mal eben dran. Okay, das war es mal eben mit dem. So, ich gucke mal, ob es jetzt hier wieder ein paar Skelette gibt. Die sehe ich jetzt allerdings nicht. So, ich gehe mal wieder nach oben. Vielleicht jetzt wieder zu unserem Aussichtspunkt. Und hier ist auch nirgendwo etwas. Ich glaube, ich gehe mal hier nach oben. Und vielleicht spawnt dann noch ein bisschen was, wenn wir hier noch ein bisschen warten. So, einfach mal gucken. Habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Habe jetzt nicht mit dem gerechnet. Aber ich drehe mich mal um, weil vielleicht spawnt dann irgendwas hinter mir. Vielleicht so ein Skelett. Das wäre ja mal ganz schön. So, dann nochmal gucken. Da sehe ich jetzt auch nichts. Die lassen aber auch auf sich warten, die Dinger. So, nochmal umgedreht. Aber da sehe ich jetzt auch nichts. Das muss ich jetzt gar nicht. Ich bin jetzt nicht. Dann gehe ich jetzt. Vielen Dank.